Ich bin viel ruhiger geworden, seit Ryan und Samantha auf der Welt sind. Zwillinge, hä? Jipp, wir hatten Glück. Kinder killen den Erosperr. Hab ich dir schon immer gesagt. Stimmt, Jack. Das hast du mir schon immer gesagt. Ja, verkopfte Mensch. Das ist anders als Deutsch. Und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwo so ein bisschen die Sprache vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist es eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Selin. Ich habe mich sehr lieb. Ich habe mich sehr lieb. Entschuldigung für mich, dass ich mich immer fragt fühle. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehres стало. Ich weiß nicht mehr, was ich wirklich anfangen hätte. Ich weiß nicht mehr. Ich will noch etwas sagen. Ich möchte mich anfangen. Ich will dir etwas sagen, es tut mir leid. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020